Wir haben eine Tendenz in diesem Lande, die Sprache und die Meinungskorridore immer weiter zu verengen und das tut unserer Demokratie nicht gut. Wenn 70 Prozent, über 70 Prozent der Bundesbürger in aktuellen Umfragen sagen, dass sie gewisse Themen der Öffentlichkeit aus Sorge von negativen Konsequenzen nicht mehr ansprechen, dann ist was faul in diesem Lande und was faul mit unserer Demokratie und das darf nicht sein. Untertitelung des ZDF, 2020